Gestörten Abteilung Das ging schnell Der Korea Onkel ist auf dem Weg Ne, sah so aus Ich hab hier nichts um den Progress an den Generatoren Aufzuhalten Das kann halt ein bisschen schwierig sein Da kann ich auch noch nicht gegen treten Also wenn die Jens machen, bin ich am Arsch Junge, warum grabst du nicht? Scheiß drauf Da war noch eine Hab dich gesehen Dein Popöchen hat da so hinter dem Baum vorgeguckt So Weiß, dass du hier warst Ja, da komm ich auch nicht rechtzeitig hoch Das Sobald Tüftle abgelaufen ist, hast du noch ein, zwei Sekunden Ah, die sind über mir Ja, gut verloren Okay Immerhin haben wir einen Hook Bis jetzt Einen Generator Junge, wo seid ihr alle? Ich fühl mich einsam Hinten Ich lege mal so ein bisschen Mehrwert aus Generatoren Kippen Jetzt grabst du Weißt du, die war schon drüben Ist okay Nehme ich Angenommen und mitgenommen Das ist so ein richtig schönes Gamer-Outfit, was die Fang da an hat Hey Nia Ah shit Ich hab nichts mehr Ähm Die hätten noch ein Messer gebraucht Ich muss Generator kicken Ich gehe davon aus, sie sind wieder da ran Ah, der Tardo Ah shit Ah shit Ich gehe sehen Die ist auch nicht weggerannt, ne? Fang, ich bin blind, weißt du Ich, ich seh dich nicht Sorry So, wie ich dich auch nicht seh Wenn du dich davor schmeißt, dann, dann komm ich auch dir hinterher Ja Ja, kein Problem Lol Voll vorbeigeflogen Hast du kein Detat Es tut mir aber leid Ähm Ja, shit happens Ah guck mal Das ist sogar, äh Wie es aussieht, YouTuberin Oder YouTuber Interest So So, ich müsste auf jeden Fall die Aufgabe geschafft haben Nicht dein Ernst Wo ist denn der dritte Gen dahinten? Oh Gott Oh Gott Zehn Messer kann ich auch nicht viel anfangen Also doch, ich kann Wenn fünf treffen, kann ich damit schon was anfangen Oh, hier liegen bleibst, hast du Fesch Nein, da bin ich ehrlich Dann nicht Die Frage ist Strike, aber sie hat geheilt zwischendurch, ne? Okay Okay Okay, haben wir schon sechs Hooks Ich trete noch mal gegen Okay Okay, Fang Du bist Nicht Schlank Du bist ziemlich fett Hab ich gerade Echt Geduckt? Nein, ich will nicht Highlight aktivieren Oder wie das heißt Hauptevent, so war das Main Event Erst wenn ich wieder einen sehe Aber bis dahin ist es wahrscheinlich schon abgelaufen, ne? Hey Nice Zack Zack Zwei Kills, ne? Ist jetzt nicht das Schlechteste, was man haben kann Also es ist nur dieser Generator, der angefassen wurde Okay, Main Event mit Nursus Calling, das war gerade eine geile Kombi, ne? Oh Wäre sie nicht losgelaufen, hätte ich sie gar nicht gesehen Selber schuld So Okay Hier war noch keiner dran Ich denke mal, die Nia wird da hinten irgendwo sein Gewesen sein Bis sie auch zuletzt gesehen haben Ne, oder auch nicht Die sitzt an dem Jen und macht den fertig So nicht, Mädel Da läuft sie Ah shit Die ist wieder rein Ähm Junge Okay So ist aus ein Hook und noch zwei Jens Ein Jen und der Fultium Wipe geworden So schnell kann es gehen Nice Porea Porea Onkel regelt Läuft hier Guck mal Und hier ist auch noch die Luke Nochmal extra So geht der Hase doch So wird ein Schuh draus Double Pip Ähm Ah ist äh Konsolenspieler Jens